Schvolli, doch dann! Alter Schwede! Oh! Alles klar! Ja, was ist das? Nein! Wow! Strahl! Kann jemand bitte Hilfe holen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox vom SC Freiburg mit Schvolli. Servus. Das zweite Video, Caro ist auch dabei. Ich bin jetzt raus. Die zwei machen es unter sich aus. Ein Tor-zu-Tor-Duell zwischen euch. Du hast früher auch draußen gespielt. Wie war das eine Halbzeit im Tor? Eine draußen oder wie? Ja, genau. Bis zur D-Jugend, also ab der C-Jugend war ich dann rein. Reiner Torwart. Vorher bis zur D-Jugend halt eben halb-halb. Okay. Kriegst du euch auch was vielleicht? Genau, das kommt jetzt. Bester YouTube-Keeper gegen bester Keeper der Bundesliga. Mal schauen, wer das well entscheidet. Ich war auch früher Festspieler. Bist du F-Jugend? Ja, Caro, lass doch mal reden. Es geht an die Challenge. Wollt ihr noch ausmachen, wer welches Tor nimmt? Schick, schick, schick. Okay. Welches nimmt Schuh? Ich habe da verloren, deswegen gehe ich da hin. Okay, wir starten. Los geht's. Da ich das Xing-Shang schon gewonnen habe, fange ich mal an. Bist du bereit? Ja. Okay, Duell der Giganten hier. Volli hat den ersten. Auch wenn ich den mal so abklatschen sollte. Und der ist nicht im Tor. Darf ich schießen? Das macht er. Oh! Hat ich gesehen. Aber der ist so gut runtergekommen. Das sieht man den Feldspieler noch. Hast du schon ein paar Tore geschossen damals? Ja, schon. Ab und zu, ja. Ja! Der war bei nah drin. Ah, der hält doch gut. Noch keine Tore. Ich hätte krank machen sollen. Ausdauer ist nicht meine Stärke. Ronaldo. Konstantin Herth. Au, au, au. Der schießt genauso. Der schießt genauso. Ich musste naturgetreu bleiben. Hätten wir den Zaun mal höher machen müssen, ne? Das war zu schlecht. Da war es dicht. Oh, den habe ich nicht. Nein! Nein! Okay. Oh, jetzt geht es so weiter. Oh, der kommt jetzt nicht. Immer noch 0-0. Oh! Nein, nein! Oh! Er hat immer ein Grinsen auf dem Mund. Oh! Mann, warum ist er hinten? 1-0. Oh! Mann, Mann, Mann. Sehr gut. Der war zu gut. Einfach ins Eck da. Die 0 steht noch. 2-0 Volli. Ey, ich bin so blöd. Der läuft nicht mal. Der wird schon arrogant. 2-0, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt der Karol. Ah! Wow! 3! 3-0. Ja? Oh mein Gott! Oh! Der haut die Bälle raus, ey. Jetzt läuft. Komm, Mann, fertig. Oh! Starke Parade. Schwolli kann verteid. Souverän. Krankenwagen! Kann jemand bitte Hilfe holen? Kickbox gegen Schwolli. Das ist ein Spiel wieder von der Tribüne aus. Damit es schwerer ist. Äh, ich starte mal. Sehr. Kann man gut treffen. Du kannst natürlich auch noch, falls du an die Stange zum Beispiel hinschiehst, und der dann in die Kickbox rein geht, zählt trotzdem. Egal wie. Ja. Aber ist auch nicht leicht, muss man sagen. Ja, das ist nicht einfach. Hat er. Ah, die Richtung. Reicht's? Oh! Scheiße! Aber du darfst nachziehen. Aber er darf noch einmal. Der war echt Wahnsinn. Oh, oh, oh! Ah, knapp. Aber okay. Okay. Trotzdem gut. Respekt. Leute, das war's. 5-0 für Schwolli. Krass. Als Torwart braucht man also auch Ausdauer, oder Karol? Ey, ich sollte ein bisschen mehr trainieren, glaube ich. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuschauen. Danke an euch, Schwolli. Gerne noch der Instagram-Account. Ja, Schwolli1. Schaut vorbei. Genau. Die Kickbox auf YouTube und Instagram abonnieren. Das war's von uns. Das war's von den beiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.